Las Vegas Fundproduktion befindet sich nun in Marseille. Wir haben einen tollen Standort gefunden, wo wir uns treffen, mit einer ganz tollen Gruppe aus Frankreich. Sehr bekannt und sie spielen demnächst auch in Miami. International sind sie unterwegs und wir haben einfach mal reingehört, was die Jungs so können. Wir sind überzeugt, dass sie ihren Weg gehen und dass die Gruppe ihren richtigen Namen hat. Valence de Grand Trio. Das ist ein toller Name für diese Gruppe und ich habe mich wohl gefühlt bei diesen Jungen. Sie haben mich herzlich aufgenommen und wir haben auch schon geübt für unseren PR-Film, was die Reederei betrifft. Sie passen zu uns und wir werden informiert. Valence ist natürlich der Kopf der Band und wir haben uns natürlich nicht gescheut, solche Persönlichkeiten der Musik auch zu interviewen. Er ist Schauspieler pur und hört einfach mal rein, was er über seine Wallace-Gruppe zu erzählen. Vielen Dank für unsere Gruppe. Sie sind im Gruppe Walas-Sinnegal Trio, Christoph Montero, hier ist Manu und Sérgio Bacalhau. Sie sind im MC in der Pläste des Canais. Sie sind die Feijoade des Monches, mit den Verteidigen von Paris, Emilia und Julinho Santos. Okay, ich bin der Gruppe. Vielen Dank! Sie sind die Feijoade des Monches.